Das sind viele Schmerzen. Sie wird durch die Boxen gehen. Kate hat wirklich einen dötenden Vater. Man braucht immer irgendjemanden, der dazu einen Held wird. Ich denke auch, sie kann sich nicht ertragen. Es sieht positiv aus, aber im Moment fühlt sie sich nicht so... Innen drin ist es etwas dunkel jetzt. Äh, ich hasse diesen Idioten, oder ich hatte keine Wahl? Nein, ich denke, ich hatte keine Wahl, weil... Wenn ich sage, ich hasse diesen Idioten, dann denkt sie, ich habe es nur getan, weil ich ihn hasse und nicht, weil ich sie beschützen möchte. Okay. Okay. War wohl die falsche Antwort. Ich habe eine Geschichte mit dir und David. Na ja, er ist total ein totaler Arsch. Er denkt, ich bin Teil des Vortex Club. Ja, genau. Ähm, selbst wenn sie dem dazugehören würde, ist es ja kein Grund sie so anzufahren. Ähm, was ist mit dem Video, warum oder hast du mit ihm gefeiert? Nein, warum? Ja. 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 Ja, okay, vielleicht hat sie irgendwie... Was genommen hast du mit dir? Das ist definitiv nicht gut. Ich wollte gerade sagen, der hatte Hintergedanken. Ich wollte gerade sagen, der hatte Hintergedanken. Ich dachte, es war ein Krankenhaus, weil es so blüht und blüht. Geh weiter. Ich höre. Ich höre. Niemand war mit mir in eine solle Sprache. Ich dachte, es war ein Doktor, bis ich hörte Nathan und fühlte ein Sting in meinem Nacken. Und... 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 Das ist alles, ich erinnere. Ich weiß nicht, was passiert. Ich wundere mich in meinem Dorm Room den nächsten Tag. Ich hatte keine Marken oder Brüßes, aber ich fühlte mich gross. Also, wer hat das Video von dir gemacht? Ich habe keine Ahnung. Probierlich Viktoria. Sie war da, als sie ihre Mean-Self. Jesus, Kate. Oh, Gott, ja, oh mein Gott. Ich bin sorry. Das ist echt schade. Wie soll ich ein Video-Viral-Videos gemacht haben? Ich weiß, dass es bereits spüren. Was, wenn meine Kirche sieht das? Ich muss wissen, was zu tun. Ich weiß nicht, Kate. Wir werden es herausfinden. Ich werde später nachhören, okay? Krass, Claire. Sie wurde wahrscheinlich wieder unter Drogen gesetzt. Und hat das halt einfach gar nicht mit Absicht gemacht. Sag ich jetzt mal so. Oh, Mann. Die ist echt ausgenutzt worden. Wie schrecklich. So, Max. Kann ich dir eine Frage stellen? Und bitte, sei ehrlich. Absolut, Kate. Alles. Ich muss mich nicht sagen. Ich muss mich nicht sagen. Ich muss wissen, ob Nathan Prescott mich helpt oder mich nach dieser Partei schützt. Ich muss mich zur Polizei gehen. Oh, krass. Oh, krass. Oh, krass. Ja, das ist echt eine Entscheidung. Im Prinzip sollte man sagen, sie müsste zur Polizei gehen. Aber Nathan Prescott ist, naja, wir wissen ja, wie das ist, ein sehr extremer Typ, sag ich mal so, der doch Immunität hat. Ich würde vielleicht sagen, noch Beweisen suchen. Obwohl ich im wahren Leben natürlich nicht nach Beweisen suchen würde, sondern zur Polizei gehen würde. Ja. Ich weiß. Ja, wir müssen echt was kriegen, was da los war. Ja, das war jetzt nicht das, was sie wollte. Sollte man rückgängig machen. Aber es ist eigentlich das, so wie ich... Oh, Mensch. Kann ich bitte zurückspulen? Ich muss mit ihr dann nochmal drüber reden. Ups. Sollte ich vielleicht nur noch weiterspulen? Mann, so weit! So, jetzt spreche ich mir nochmal mit ihr. Bleib ich jetzt da auch bei meiner Hände? Okay, da waren wir schon. Zeichen dafür hingenommen. Wollen wir das hin? Weil das möchte ich eigentlich gerne dabei behalten. Ich skippe das einfach mal ein bisschen. Weil das kennen wir ja alle schon. Und es ist ein bisschen lang. Klingt nicht nach dir. Das einzige, was ich jetzt mal machen muss, dass ich glaube ich... Ähm... Die andere Entscheidung treffen werde, ihr zu sagen, vielleicht zur Polizei zu gehen. Aber ich glaube einfach, dass das nichts bringt. Oh Gott. Skippen, skippen. Okay. Ja, ist mal ein langes Gespräch. Okay. Okay, ich kann mich nicht anders entscheiden bei dem. Okay, ich hab's verkackt. Ähm... Achso, ja, das Buch, äh... Da hinlegen, oder? Jetzt kommt es, genau. Jetzt kann es jetzt mich was fragen. Zur Polizei ging. Oh Mann, ist es echt... Pfff... Ich... ich glaube auch... Ich meine klar, dass es das, was sie hören will, aber... Warte mal, ich? Äh... Nein. Ich glaube, ich entscheide mich nochmal um. Äh... Ach nee. Ich glaube, ich entscheide mich nochmal um. Eieieiei. Ähm... Hmm... Das ist auch nicht das, was sie gerade hören will. Aber ich glaube, ich lasse das jetzt einfach so stehen. Ich denke nicht, dass sie zu... Okay, okay, okay. Wir spüren nochmal zurück. Nein, das geht so nicht. Ich sage ihr einfach, sie muss noch Beweisen sehen, weil es ist einfach so. Es tut mir echt leid und das ist auch nicht die Sache, die sie wissen will oder die sie haben möchte. Aber es ist einfach so. Es ist doof, aber sie muss es akzeptieren. Huch. Das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich nur die Tür aufmachen. Oh, die Arme. So, dann gehen wir mal raus. Huch. Chloe. Max. Essen. Two Whales. Sieh dich da. Ach, bricht dir beim Texten keinen Finger. Hurra, Frühstück. Keine Emojis. Uti, wo findet sie denn keine Emojis toll? So. Dann gehen wir mal raus. Aufs Gelände. Okay. So, schau mal. Ach hier, das ist doch unser... Den Vogel könnten wir denn nicht fotografieren. Aber ich kann da meine Kamera so nicht rausholen. Immer nur, wenn der Vogel schickt, dass da ist. Zum Auszug. already communing with the Critters. Hey, Samuel. Okay. Mein Krafttier ist also ein Weh. Er ist so ein richtig friedlicher Mensch. Er ist so ein bisschen gefährlich. Er ist so ein bisschen. Mit einem Donut. Oh ja, das ist ja auch echt gesund für so ein Eichhörnchen. Jetzt gehen wir ein Stückchen weg. Nee, Eichhörnchen. Fress den los. Dann einmal ein Foto. Oh, ist das süß. Aber ganz ehrlich, so ein Donut ist nicht gerade so. Es ärgert mich immer noch, dass ich nicht zu diesem Totem da herkomme. Oh. Achso. Ich hab's gehört noch an den. Was? Naja, Football an sich ist ja nicht schlimm, ne? Aber das einfach so rumfliegen lassen ist ja auch nicht so das war, ne? Hey, Taylor. Ah, da geht's auch nicht so gut. Ich glaub, ich merk das langsam. Oh. Oh. Gut. Okay, über was soll ich denn reden? Mhm. Okay, über was soll ich denn reden? Ist ja okay. Herrsch, beste Freund. Ähm. Ja, okay, ich reiz sie zwar damit. Ich skippe nochmal zurück, ja. Ich will mit ihr über Cates Video sprechen. Nein, Taylor. Exzene. Okay. Auch sie scheint gar nicht so eine ätzende Trüller zu sehen. Okay, ich kann nicht nur mit ihr reden. Achso, ja, das hat mir. Hey, Warren. Äh, Warren. Hello, Warren. Ja, wattest du auf mich? Fine. Was machst du hier? Oh, nichts? Warten? Für einen Telefon? Ich meine, ich habe bereits den Telefon genommen. Okay. 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 By the way, thank you for stepping in. You were pretty badass, Warren. I owe you. Oh, yes, you do. I got knocked on my ass by that dick. I'm some personal superhero. You're a real everyday hero. You stood up to a bully and it was awesome. Even though you left me with said bully and ran off with that girl. She's pretty punk rock. How do you know her? An old friend. Chloe Price. We haven't seen each other in a while. I bet you were glad to see her blast up in that truck like a rock star. Which begs the question? Why is Nathan Prescott getting psycho on you? Tja, ich habe ihn erwischt, oder halte ich da lieber raus? Eigentlich ist er ja unser Freund und er hat ja echt einen eingesteckt für uns. Oh. I busted him in the bathroom yesterday with a gun. I was too scared to tell Principal Wells. Please don't say anything. I'll give you more info later. I'll give you more info later. We heard fucking weeps like that bizarro snowfall yesterday. Speaking of dystopia, that drive-in is having a 70s Planet of the Apes marathon. Let's go ape! Okay. Ähm, ja oder nein? Yes, that's exactly what I need. I love those old school ape films. Well, that was easier than I thought. Cool, I'll text you the info. Gut, dann gehen wir mit Warren ins Kino. Warum auch nicht? Oh, wir nehmen jetzt den Boss.